So, ich werde euch nun einige Böller bzw. Sanute zeigen und ihr sagt mir welchen ihr als nächstes sehen wollt. Wir haben da einmal den Zink Feuerwerks-Bogenbitz-Ground-Salute 751.1 im Kaliber 24 mm. Vielleicht kann man auch mal einen als Bombette schießen mit Dickfeuer verzögert. Ja, müsst ihr wissen. Dann einmal den Rambo 31K, 27,5 Gramm. Dazu muss man noch den sanften, traumhaften Goldregen abziehen, aber ein richtig schöner Böller. Oder wollt ihr sehen, die Cobra 6 von de Blasio Eldio Original kennt noch jeder. Dann steht noch zur Auswahl die extra Cobra 6. Könnt ihr euch auch noch mal näher angucken in einem extra Video auf meinem Kanal. Dann haben wir noch den Scream 1 Böller, schon mit Standfuß aber ein echt Hammer Böller. Ja, dann natürlich noch kennt auch ziemlich jeder Retorno 70, 70 Gramm Netto-Explosivmasse, ein richtiger saftiger Knallkörper. Und zu guter Letzt auch eine super Rakete der Firma Zingfeuerwerk Klasse 4 hergestellt dieses Jahr. Und ja. Jetzt müsst ihr ein bisschen auswählen, was ihr davon denn als nächstes sehen wollt. Ich sage mir, soviel nimmt nicht immer das größte wie jetzt der Retorno. Nimm vielleicht auch nicht das kleinste, sondern sucht euch einfach mal was schönes aus, was ihr halt am liebsten sehen würdet. Es muss ja nicht immer das lauteste sein, sondern einfach das, was ihr haben wollt. Dann danke fürs Zuschauen, Leute. Und... ... ... ...